Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video spielen wir mal Lucky Block Roulette, so haben wir das jetzt einfach mal genannt. Und zwar mit Trixiko, meinem Bruder hier. Und zwar hat das ganze Spiel für euch so erklärt, chill mal kurz, chill. Also zum Beispiel jetzt ich drücke hier drauf, bekomme hier diesen Clays, also Mix, sorry. Da nehme ich mir, da mache ich jetzt hier eine Hotbar voll mit Mix, lege die wieder rein und dann öffne ich schon, dann warte ich bis er gedrückt hat. Und dann nimmt er sich halt, ähm, dann eine Hotbar voll damit, was er halt bekommt. Und, ähm, es gibt jeweils drei Runden. Es gibt ein Lucky Block zu viel, also ihr könnt auch nicht, also ihr könnt oder ich könnte jetzt die Niete diesen Lucky Block hier bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten auch rein und da, dass du Gast bist, darfst du anfangen. Mix, nimm mir noch eine Hotbar. War nicht sechsmal eine Hotbar voll. Eine Hotbar. Okay, ich drück. Ich bekomme auch Mix. Okay, dann starten wir auch rein. Und zwar, wir bekommen hier... Och, nee, Skelett. Warum bekomme ich hier nicht raus, tausende von Pfeilen? Habe ich auch. Jetzt bekomme ich Mix Material. Ich habe jetzt nur so einen Kack-Resistance und 10.000 Werkbanker habe ich bekommen. Ich habe aus einem einfach gemixt bekommen. Ach du. Ach, ich packe das schon. Ist es legal, dass ich aus Mix vier Shade Lucky Block bekommen habe? Nein, die darfst du nicht aufmachen. Wieso? Weil es ehrenloses, Digga. Shade, du bekommst Shade, also nur Mix, only Mix. Also du hast nicht die Lucky Blöcke aufmachen, die du aus... rausbekommst. Ja, ich habe gedacht, wir machen mehrere Runden. Ja, aber jetzt erstmal machen wir doch nur Only Mix Runde. Okay. Dann öffne ich noch den Rest. Habe ich Stärke? Ja, ich habe Stärke. Oh, ich habe diesen Boss da gekillt. Digga, ich habe nicht mein Schwert. Ach, oh du. Ich bin anders der Profi. Okay, bist du bereit? Bist du bereit? Okay, dann legen wir los. Ja, schöne Runde. Ich hatte nichts Gutes. Okay, wir werfen jetzt das mal weg. Nein, mach kurz... Ich heb kurz alle Items auf. Sonst cheatest du noch. Ähm, okay, wait, ich muss mich kurz killen. Slash kill. Machen wir jetzt... Ist Mix nicht mehr drin. Nein, ja okay, können wir machen. Nach einem Battle wird Mix rausgemacht. Okay, ähm... Äh, du darfst anfangen, weil du hast verloren. Clay ist eigentlich auch ein geiler Lucky Block. Und die sieht aus wie Shade of Wish, oder? Als hätte man irgendeine Augenkrankheit. Hör mal auf, aufzumachen schon. Okay, Galaxy. Galaxy Handspinner. Was der wohl macht? Hehe. Schwert. Platium-Bogen. Ich hab... Ich hab frühe Rüstung, aber kein... Kein Schwert. Digga, das ist... Der Lucky Block ist anders overpowered. Ich kenn den. Okay, starten wir rein, weil ich hab alles geöffnet. Hast du auch alles geöffnet? Ja, aber ich hab nur ein Eisenschwert, also... Okay. Legen wir los. Drei... Ey, chill mal. Drei, zwei, eins, go. Digga, das macht mir gar keinen Schaden. Au! Hehe, hatte ich One-Hit gemacht. Hehehe, ist anders overpowered. Gut, jetzt clear das. Ähm, ja, ich clear mich. Slash clear.de. Ich kill mich auch kurz, dass ich full bin. So, Leute. Ich hab jetzt schon zwei Runden gewonnen. Wenn er jetzt die Runde gewinnen würde, dann würden wir noch eine machen, okay? Komm. Dann bist... Dann bist noch ein Lucky Block da. Okay, du darfst du wieder anfangen. Also Clay ist jetzt weg. Okay. Und Galaxy auch. Uh. Hey, clear... Clear doch einfach, was... Am Ende cheatest du. Ich will jetzt nochmal sehen, was du bekommst. Leg nochmal alles rein. Alles reinlegen, Troll. Hä? Troll. Eine Hotbar voll mit Troll. Troll kann übel sein, ich sag's dir ehrlich. Und leg den normalen Lucky Block wieder rein. Ey, du hast eins zu viel genommen, du kleiner Cheater. Ich hab Weißversuch gar nicht genug. Ich hab den, der in meiner Hotbar war. Ehrlich, ich hab nur die in meiner Hotbar. Okay, dann mach ich nochmal. Shade, ooooh. Ohohohoho. Der Wichser. Aber Shade heißt nicht immer garantierter, wenn ich sag's dir ehrlich. Manchmal bekomm ich anders den Müll aus Shade. Ich nicht. Was war das denn? Da steht, you're going to die. Und dann so 3, 2, 1. Der Typ hat gefehlt. Alles ist jetzt schon. Hab alle geöffnet. Bist du bereit? Nein, noch nicht. Rohäppel? Ich hab ne scheiß Schaufel. Ich kann fliegen. Komm her, Wunden. Ach, fuck. Du... Wichtig. Nach dir, ich muss essen gehen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Leute, damit würde ich auch sagen, wir haben dieses Battle gewonnen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wie immer. Und ja, das würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und ciao. 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 Ciao.